Ich bin gerade in der Badewanne. Nach einem fiesen Morgen, da kam mir in den Sinn, ja, es ist beinahe 11 Uhr, dass ich euch ja noch alles erzählen muss von meinen Ferien. Und das werde ich jetzt tun. Alles! Und zwar war ich am Montag im Disneyland. Und am Montag ist ja Blog-Tag. Und am Blog-Tag muss man bloggen. Und ich hatte extra den ganzen Weg von unserem Airbnb ins Disneyland. Das ist von der einen Bildschirmseite zur anderen. Habe ich in der Metro ein Video zusammengeschnitten von unseren tollen Ferien in Paris. Wir haben unheimliches Zeug gemacht und lustiges. Und Disneyland. Was eine Mischung aus unheimlich und lustig ist. Genau. Und dann wollte ich es hochladen und das ging nicht. Dann wollte ich einen Web-Stream machen, einen Live-Stream, weil ich dachte, ich muss irgendwas bloggen. Und das ging auch nicht. Und das war echt schrecklich. Ja. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, gut, dann gibt es kein Blog. So ist das Leben. Es ist schön. Und deshalb mache ich jetzt dieses Intro hier. In der Wartewanne. Weil heute Morgen wollte ich zuerst ins Fitnesscenter. Aber dann war das Parkhaus voll. Ja, ich war mit dem Auto. Das Parkhaus war voll. Dann bin ich wieder zurückgefahren. Dann bin ich mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren. Aber dann, ja, das war dann auch ein bisschen seltsam. Und jetzt bin ich eben in der Badewanne und mache das hier. Ja, ähm, genau. Also jetzt kommt eine kleine Zusammenfassung von meinen unheimlichen, lustigen und Disneyland-Ferien in Paris. Es waren nur ein paar Tage. Ähm, aber es hat sich nach Monaten angefühlt. Vor allem in diesem Tunnel. Wir waren in einem Tunnel, in welchen wir nicht hätten gehen sollen, denke ich. Naja. J'ai fait des choses muy interesantes. Mucho. A la France. Parce que je sais tous ici. Tu me comprends. Non. Mon ami se deteste les videos. No. Soll es nicht sein? Nack. Oder ist das NUE? Ah, ein Ger. Oh, ein Ger. Wem auch Ger? Aber wenn Sie wissen, wie ist das da reinkommen? Sie sehen mich zum Wings aus. Ja, das ist jemandem... ...abbekeilt. Das ist jemandem sein gewesen. Mega viel erzählen hat er. Er hat nicht mehr. Im Moment hat Ger nicht mehr mit dem... Das Kasschen hat so gesehen, er hat so... Ah, wer weiss das schon. Das ist schon so. Ich denke mal, dass wir wieder mitgehen können. Oh Gott. Das war dann immer so ein Tagsgriep. Die tote Schuss am Herzen. Und dann hat er gesagt, dass seine Eltern wieder raufkommen. Und dann haben wir gesagt, dass seine Eltern wieder raufkommen. Vielleicht fliegen der ein bisschen auf euch. Die Leute sagen das ja schon immer, aber es ist zumindest ein bisschen. Oh, aber da kommt so viel. Achtung! Weit! 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 Was ist denn das Schlimmste, wenn nicht das Wasser? Okay, mega gut. Hm? Das Wasser haben wir getrachtet. Das ist ein mega Pumperlichter aus dem Nachtwärm. Wieso? Irgendwie habe ich das Gefühl, was ist das? Was? Es ist so kalt. Ja. Dann haben wir mega warm, wenn wir rauskommen. Vollheitzschlag oder so nicht. Ja. Fotolog. Mhm. Ja, weil ich einfach nie... und zwar Leute! ковrbody... Mit mir geht's, die Leute zum Backfill. Wir haben einen kalt-kalt-kalt-kalt-kalt. Wir haben einer Kalt-kalt-kalt-kalt-kalt-kalt. Wir haben einen Kalt-kalt-kalt-kalt-kalt. das ist etwas gesetztert. Das ist gut. Wir haben den Kalt-kalt-kalt. Wir haben einen لck-kalt-kalt-kalt. Ich warte mal, dass du siehst. Ja, ich warte mal. Ich warte mal. Du musst dich hoch. Du musst dich hoch. Es ist nicht da das Bett. Ich warte mal, das ist hier das Bett. Der Park ist wahrscheinlich abgeschlossen. Aha, das ist gar nicht so der Park. Okay, let's go. Sollte